Ein SKL in der Höhlenstadt Rübeland. Die technischen Daten. Eigengewicht 5,8 Tonnen, Ladegewicht 5 Tonnen. Die sind hier in der Höhlenstadt. 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 Lampen? Leuchten? Gibt es auch so etwas wie eine Bremse? Bestimmt. Irgendwo ist hier bestimmt eine Bremse. Na, und wo sind die Schnapsflaschen versteckt? Was ist das hier? Aha, hier wird die Kohle mittels dieser Schaufel. Wird hier Kohle rausgefischt, rausgeschaufelt, in das Ofenloch hinein, auf den Grill. Man sieht es jetzt nicht so richtig, bisschen dunkel. Dann wird, glaube ich, Wasser erhetzt und durch den Dampf bewegen sich dann die, keine Ahnung, Pleuelstangen. Ach, Männer, haltet mich jetzt nicht für dumm, aber ich weiß es nicht. Triebwerksleuchten, hintere Signallaternen, was es alles Schönes gibt. So, hier noch. Vielen Dank. Vielen Dank.